Und zwar das Thema Family Business. Wie kann man das am besten auf den Punkt bringen, warum es eben eine Herausforderung ist? Was ich meine ist, der Punkt, dass man... Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von unserem Podcast Evolution. Wie geht es dir erstmal heute? Mir geht es fantastico. Ja, wie war der Tag bis jetzt? Ja, wir haben viele Videos gemacht, viel Content heute wieder gemacht. Was wir ja letztendlich immer machen oder regelmäßig machen. Und ja, cool. Sehr gut. Also produktiv bis jetzt. Auf jeden Fall. Okay, top. Was mich jetzt mal interessiert, weil das war auch diese Woche, es war ein Thema, wo wir beide uns auch untereinander mal drüber unterhalten haben oder angeschnitten haben. Und zwar das Thema Family Business. Ich habe auch oftmals natürlich bei mir in den Calls Leute, die sich wünschen, auch zum Beispiel, dass ihre Kinder beispielsweise ins Unternehmen mit einsteigen. Ich habe aber natürlich auch Leute, die arbeiten schon mit Familie zusammen, generationsübergreifend. Lass uns mal darüber ein bisschen quatschen. Wie ist es denn, mit der Familie zu arbeiten? Bei uns ist es ja genau das auch. Gib mir mal ein bisschen so deine Gedanken zu dem Thema. Also, natürlich ist das auf jeden Fall eine Herausforderung. Ist ja vollkommen klar. Fangen wir mal mit den Herausforderungen, mit den Hindernissen an oder auch den Problemen, die damit einhergehen. Also der Punkt ist, ich glaube, nicht ich glaube, sondern ich weiß, du musst auf jeden Fall sehr viel, du musst kommunizieren. Das ist der erste Punkt, der sehr wichtig ist. Es muss aber auch eine klare Aufgabenverteilung geben. Das ist natürlich jetzt, wenn man unseren Fall jetzt nimmt, können wir ja auch mal offen darüber reden. Der Punkt ist, du bist natürlich jung. Du hast natürlich auch den Anspruch, du möchtest auch, oder die jüngere Generation, wir haben ja auch einen bei uns im Coaching, wo die Tochter mit dem Vater und der Mutter zusammenarbeitet. Die ist superfähig, ist wirklich richtig gut drauf, bist du ja auch. Ja, will ich hoffen. Superfähig. Und natürlich ist das Thema Kinder und Eltern nochmal so eine andere Baustelle, wie jetzt zum Beispiel Geschwister. Bruder und Bruder. Er hat auch wieder seine Besonderheiten. Oder Cousin, Cousin und so weiter. Aber was glaubst du denn, weil wir können das ja wirklich ganz gut beschreiben, was glaubst du denn, wie kann man das am besten auf den Punkt bringen, warum es eben eine Herausforderung ist? Naja, weil in der Familie natürlich auch gewisse Emotionen drin sind. Man kennt sich natürlich sehr genau. Oder die Trigger Points, wo du sagst, das regt mich jetzt an meinem Vater zum Beispiel auf. Weil man zum Beispiel dasselbe Wort seit eben Jahrzehnten hört. Genau. Mit derselben Stimme, mit derselben Emotionen. Das heißt, man kennt natürlich den anderen sehr genau. Und vor allen Dingen auch in unterschiedlichen Umgebungen. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Eines zu Hause. Der Vater hat einen erzogen. Oder die Mutter ist ja völlig wurscht. Hat einen erzogen. Und ja, und da sind natürlich Dinge dabei, wo du sagst, der Vater war vielleicht jetzt irgendwie streng. Zum Beispiel. Oder war besonders locker. So locker. Bleiben wir mal bei locker. Und jetzt gibt es aber in der Firma natürlich so ein paar Dinge, die gibt es halt nicht locker. Das geht halt eben nicht. So, da müssen halt Dinge auch durchgezogen werden. Weil ansonsten hast du natürlich nachher, ich sag mal so Schokoladenfabrik-Style. Oder Kindergeburtstags-Style. Du weißt selber, das ist sehr, sehr eng. Weil nicht jeder fühlt sich immer gleich gut. Oder wie auch immer. Und da müssen natürlich auch ein paar Regeln, Regeln rein. Aber das eigentlich Wichtige, und den Punkt hatten wir ja auch, oder ich schiebe das mal zurück, so was, wo wir an einem Punkt waren, ja, wo wir uns schon natürlich auch mal echt auf den Zeiger gegangen sind. Ja, ja, 100%. Oder auch verärgert waren über den anderen. Und da hatten wir aber einen wichtigen Punkt, über den man sich klar werden muss. Kannst du dich noch daran erinnern, was das war? Ja, also wenn wir jetzt, wir hatten den Punkt jetzt nicht nur ein, also wir hatten immer mal wieder so bestimmte Situationen, wo wir uns einfach nochmal im Klaren werden mussten. Aber ich weiß jetzt, ich hoffe, wir reden jetzt vom Gleichen, aber den, den ich im Kopf habe, ist, wo wir uns wirklich die Frage gestellt haben, können wir das wirklich und wollen wir das auch langfristig, diese Zusammenarbeit. Das war einer. Ich weiß nicht, meinst du das? Ja, ja. Der andere, wir hatten eine Situation, wo wir uns mal über die Vergangenheit wirklich gemeinsam ausgekotzt haben, was, was auch, was einen auch stört teilweise, um das in der Zukunft nicht mehr, dass das nicht mehr zwischen einem steht. Das sind jetzt so die Momente, die mir präsent sind. Also was ich meine, was ich meine ist der Punkt, dass man akzeptieren muss. Stimmt, ja. Dass man akzeptieren muss, dass der andere ist, wie er ist. Genau, richtig. Also das heißt, wenn ich ein Problem damit habe, ja, dass du das, dies oder jenes tust, ja, oder dich so oder so verhältst und ich kann damit nicht leben, ich komme da nicht mit klar, dann kann das nicht funktionieren. Oder umgekehrt genauso, ja. Wenn ich jetzt so einer bin, der voll rauf bin, dann sage ich linksum, ja, wenn du damit nicht leben kannst, wenn du damit nicht klarkommst, dann funktioniert das, weil du willst ja den anderen dann an der Stelle verändern. Ja. Und das ist halt so wie in einer, ich sage mal, wie in einer Liebesbeziehung. Wenn du permanent den anderen anders haben willst, als er ist, dann kann, dann funktioniert das nicht, dann kann das nicht funktionieren. Natürlich ist das cool, wenn du jetzt als Sohn hingehst und sagst, pass auf, mein Vater ist ein cooler Typ, der entwickelt sich permanent weiter, ich möchte mich auch weiterentwickeln, ja. Ich will auch nächste Levels oder andere Levels erreichen, ja. Oder einfach besser werden, ja. In dem, was ich tue. Oder ich genauso, ja. Dann ist das natürlich per se cool und auch wichtig und auch unabdingbar, ja. Weil ohne Weiterentwicklung wirst du auch in der Beziehung an eine Situation kommen, wo der eine... Ja, man muss sich gemeinsam entwickeln, sonst entwickelt man sich auseinander irgendwann. Ja, genau. Aber der Punkt ist, wenn halt nur einer sich entwickelt, ja, und der andere nicht, ja, dann hast du halt irgendwann... Ungleichgewicht. Dann hast du ein Ungleichgewicht. So, und das ist auch zum Beispiel gerade in der Liebesbeziehung eine Sache, die sehr schnell passieren kann. Dass also einer hat zum Beispiel Ziele, der hat Bock, bestimmte Dinge, vielleicht auch einen bestimmten Lifestyle zu erreichen und der andere, ach, dem ist das irgendwie alles egal, der findet das auch alles gar nicht wichtig, weißt du so, ne? Ja, so, also der eine hat so total Bock auf schöne Dinge, also ob das jetzt schönes Essen gehen ist oder schöne Urlaube und der andere, ach, dem ist das alles nicht wichtig. Weil dann entwickelt sich halt ganz schnell so, ja, wir sollen mal sagen, ich nenne das mal so das Urlaubssyndrom, ja, Urlaubssyndrom. Der eine sagt, ich will in die Karibik und der andere sagt, oh ne, ich will aber in die Berge. Ja, so, dann hast du einfach ein scheiß Problem. Dann hast du einfach permanent Probleme in deiner Beziehung oder in Beziehungen zueinander, weil der eine immer was anderes will als der andere, ja, und dann hast du immer diesen, dann hast du halt Kampf, ja, dann hast du Kampf. Den haben wir ja auch schon gehabt, ja, keine Frage, ja. Aber diese Kämpfe, die sind auf Dauerhaft eben, auf Dauer unheimlich anstrengend und die nerven halt, ja. Die nerven den Sohn oder die nerven den Cousin, Cousine, wer auch immer. Das ist halt schon schwierig. Also der Punkt ist am Ende des Tages gemeinsame Weiterentwicklung und den anderen, also Akzeptanz einfach, dass du die Person einfach nicht ändern kannst oder solltest, ne. Genau. Dabei, wichtiger Punkt ist, es wird natürlich immer, weißt du, du als Kind willst dich natürlich auch durchsetzen. Das ist ja logisch, ja. Du willst auch Dinge anbringen. Du willst, dass der Vater auch auf dich hört, ja. So, aber hier sind wir wieder so an so einem Punkt, der auch wichtig ist, dass natürlich das, also für die Kinder, und jetzt spreche ich mal an alle Kinder da draußen, ja, die in Familienbetrieben arbeiten, ist, du bleibst natürlich immer irgendwo auch ein bisschen Kind, ja. Das wird sich ja nie ändern. Du bist immer das Kind, ja. Also nicht das Kind im Sinne der Größe, sondern, Ich glaube, die Leute verstehen schon, was du meinst. Genau. So, das wird nicht anders gehen. Das wird einfach nicht anders gehen. Jetzt kommt aber ein ganz wichtiger Punkt, ist, in dem Moment, wo du aber in der Firma bist, bist du Mitarbeiter, Punkt. Und da muss man dieses Familiending auch mal rauslassen können. Oder Chef oder Chevin oder wie auch immer, ja. Man muss auch in der Lage sein, dieses Ding mal draußen zu lassen, ja. Dieses Familiending. Und das hat was damit zu tun, dass man seine Emotionen unter Kontrolle haben muss, ja. Das haben wir ja auch. Also einfach, man muss sie unter Kontrolle haben. Da muss dann auch der andere, jetzt du als Sohn oder ich als Vater, auch mal sagen, okay, jetzt lass ihn mal galoppieren, wenn er jetzt mal sauer ist, ja. Oder wenn die Person einfach mal getriggert ist. Da hilft es dann auch nicht, wenn Vater jetzt versucht, den Sohn irgendwie auf, keine Ahnung was, vernünftig hinzukriegen. Oder der Sohn, den Vater. Das ist auch okay, komm, kotze dich aus. Dann heißt es dann auch mal, Kappe halten und zuhören. Jetzt haben wir aber natürlich aber auch Themen geredet, die, sag ich mal, die Schattenseiten sein können, aber auch keine Dinge sind, die man nicht in den Griff haben kann oder nicht kontrollieren kann. Ist bei uns zum Glück unter Kontrolle und im Griff und im gesunden Maße. Natürlich, wie gesagt, man eckt immer mal wieder an, aber wir wollen auch bewusst, mal mehr, mal weniger, aber wir wollen auch bewusst darüber sprechen, weil das ist halt nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und alles so einfach, ja, weil viele Leute denken sich das immer so, ja, mit Familie hat man diese ganzen Probleme nicht. Ist auch nicht ganz so. Jetzt aber zum anderen Punkt, was denn das Positive, meines Erachtens nach, meiner Wahrnehmung und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das genauso sehen wirst, und zwar, dass du natürlich ein ganz anderes Maß an Loyalität und Vertrauen hast, innerhalb der Führung des Unternehmens, innerhalb der Pläne, dass man am Ende des Tages auch über alles reden kann und sich auch immer zu 100 Prozent, wenn es darauf ankommt vor allem, vor allem dann, auf die Person verlassen kann. Das sollte so sein, ja, da bin ich auch der Meinung, dass das jetzt in unserem Fall so ist. Es gibt aber auch andere Fälle, das heißt also, es gibt auch andere Fälle, dass halt eben Familie sich auch dann mal was rausnimmt. Da haben aber, glaube ich, sogar eher dann auch Belegschaft und andere Mitarbeiter in der Betrachtung von außen eher so ein Ding drauf, so ein Button drauf, dass die eher was reininterpretieren, als denn tatsächlich da ist. Ja, so, über eine Sache müssen wir uns, müssen wir uns, ich sag mal, nicht lange unterhalten. Am Ende des Tages muss das, was man macht, immer erfolgreich sein. Ja. Wenn es nicht erfolgreich ist, dann gibt es, und zwar völlig wurscht, ob das Familie ist oder nicht Familie ist, dann gibt es immer Ärger. Ja, wenn es nicht klappt, gibt es auch mit Familie Ärger. Ja. Ja, und am Ende des Tages muss auch Familie, ich sag mal, funktionieren und ich glaube, da ist sogar so ein Punkt, also du hast natürlich recht mit dem, was du sagst, aber da ist aber auch so ein Punkt, wenn es nicht gut funktioniert, klar, da bleibt Familie vielleicht länger da, aber es hilft ja nicht. Es hilft ja nicht. Du musst erfolgreich sein. Ja, das natürlich, das ist vorausgesetzt. Also klar, das muss eigentlich auf allen Ebenen funktionieren, aber ich glaube, du weißt auch, was ich meine mit diesem Grundvertrauen, was das einfach angeht, ist natürlich schon mal. Wenn alles intakt ist, ne? Wenn alles intakt ist, natürlich. Aber das ist ja sowieso bei allem immer grundsätzlich so. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, okay, Familie, das ist ein Punkt, den du für dich festgestellt hast, der, was du auch an andere vielleicht als Ratschlag geben würdest, wo du sagst, okay, das ist geil oder wenn es die Möglichkeit gibt, sollte man das tun, weil, oder lass die Finger davon. Nein, also lass die Finger davon. Also ich bin ja jetzt auch gerade in der Situation, Partnerschaft, also jetzt nicht nur Familie, im Sinne von Vater, Sohn, sondern auch eben arbeitest du mit dem Lebenspartner zusammen, mit Freund oder Freundin und so weiter und viele meiden das, haben da auch Angst davor. Also ich glaube, viele haben auch sehr viel Respekt davor, das zu tun oder diesen Schritt zu gehen. und ich stelle mir immer wieder diese Frage und komme auch immer wieder mal an diesen Punkt und ich sage einfach ganz klar, ihr müsst euch über eine Sache im Klaren sein. Es gibt meiner Meinung nach, ganz ehrlich, es gibt meiner Meinung nach nichts Cooleres, wenn das funktioniert, also wenn man das will, weil auf wen, du hast es gerade perfekt gesagt, auf wen kannst du dich denn mehr verlassen als auf das eigene Blut? So, das ist einfach rattenscharf, das ist einfach obergeil und wenn du dann noch, also ob das jetzt Sohn oder Tochter oder auch Partnerin oder Partner ist, wenn du da jemanden hast, der wirklich für dich bereit ist, durch das Feuer zu gehen und umgekehrt, was kann es denn Geileres geben? Es kann nichts Besseres geben. So, da gehört aber eine Sache dazu, die halt wirklich wichtig ist und das ist einfach, du musst dieses auch in Kommunikation sich weiterentwickeln, über Dinge, die nicht laufen, sprechen zu können, über Dinge, die laufen, Lob und Anerkennung, Wertschätzung gehört genauso dazu, aber eben auch, du musst die Dinge beim Namen nennen können und das ist, das sind die Hauptkiller, wie in jeder normalen Beziehung auch, wenn du die nicht meisterst, wird es nicht funktionieren. Es wird aber auch nicht mit Fremden funktionieren, das ist ja das Interessante, weil auch bei Fremden ist das nicht anders, ja, die reden oder die reden nicht, also du brauchst einfach eine gute Umgebung und das ist, glaube ich, schon etwas, was sehr, sehr wichtig ist am Ende des Tages und ganz alleine ohne, und wie sagt man, nur mit Familie wird es auch nicht gehen, weil da musst du schon eine saumäßig große Familie haben. Ja, das ist halt auch der Punkt, da will ich gerade noch drauf eingehen, das ist mir jetzt gerade noch in den Kopf gekommen, aber der Punkt ist ja auch, wenn du, wie erkläre ich das jetzt am besten, du brauchst natürlich auch die Personen, die gewisse Dinge auch können oder deinem Unternehmen bringen oder liefern können, es bringt natürlich auch nichts, einfach Leute an den Start zu holen, nur weil es Familie ist, die dann aber am Ende des Tages überhaupt nicht geeignet sind für eine gewisse Rolle, für eine gewisse Position, das nützt natürlich auch nichts, also da ist dann auch irgendwo eine Grenze, nur weil es Familie ist, dass man die dann alle an Bord holen muss, so ist es auch nicht, man muss schon genau gucken, kann die Person mir auch wirklich was bringen in dem Moment. Also ich glaube, die Leute, die Panik oder die Sorge oder die Angst davor haben, haben berechtigte Angst davor, aber das ist auch häufig, liegt häufig daran, dass die Leute auch dann sich selber nicht wirklich vertrauen, ne? Also das ist schon... Darf sich das doch nicht immer so schönreden dann in den Momenten, ne? Weil du hast ja gerade gesagt, gewisse Menschen, die, sag ich mal, Angst davor haben, haben auch berechtigterweise, weil ich glaube, es sind viele Leute in der Situation, die könnten eine Person aus der Familie oder aus dem Familienkreis ranziehen in die Firma oder ins Unternehmen, aber es nicht machen. Antwort ist sehr einfach auf die Frage, ja, weil wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, als Vater jemand bist, der immer so lange Leine lässt, sag ich jetzt mal, ne? Und er sagt, komm, mach doch, ne? Ist alles gut, ne? Ja, oder auch nicht nur Vater, wir können ja auch mal über Bruder, Cousin und so weiter, das sind ja auch familiäre Beziehungen. Genau, aber bleiben wir mal jetzt ganz kurz da und gehen wir auf das andere Thema ein, ist, wenn du dann aber nicht in der Lage bist, ja, auch mal eine klare Ansage zu machen, ne? Weil noch mal eine Führungskraft heißt ja, du musst Anweisungen geben, du musst aber auch die Dinge durchsetzen können. So, wenn du, ich sag mal, früher nicht in der Lage warst, deinem Kind zu erklären, hier jetzt Hausaufgaben machen angesagt, ja, und jetzt zieh das jetzt mal durch, dann hast du ein Problem, ja, weil dann wirst du das im Erwachsenenalter auch nicht hinkriegen, ne? Ja, weil dann vielleicht das Kind in der Lage ist, den Vater oder die Mutter immer ganz gut schön auszudribbeln, ne? Das funktioniert natürlich dann nicht so cool, ne? So, jetzt kommen wir zu Cousin und Cousinen, ja, oder sagen wir mal, erweiterter Grad, da ist das natürlich genau dasselbe, ne? Am Ende des Tages, ne? Es gibt immer die einen, die sind, sehen jetzt in so einer Beziehung auch, ach, ich kann das vielleicht ein bisschen lockerer machen, ne? Und ein bisschen Laissez-faire angehen, funktioniert natürlich genauso wenig, ne? Also du brauchst in allen Belangen immer Leute, auf die du dich verlassen kannst, ja? Und auch innerhalb der Familie wird betrogen, da brauchen wir jetzt auch nicht lange drüber reden, auch das gibt es in der Familie genauso, also du musst schon einfach auch da ein gutes System schaffen, du musst genauso Prozesse etablieren, du musst genauso Strukturen schaffen, und genauso führen auch die Leute. exakt, und genauso führen wie bei Fremden auch, ja? That's it. Ja? That's it. Also definitiv. Also da gibt es aus meiner Sicht keinen Unterschied. Ganz im Gegenteil, es gibt keinen Unterschied, es ist besonders wichtig, auf beiden Seiten. Wenn es klappt, und du hast die richtige, ich sag mal, richtige Frau, oder den richtigen Mann an deiner Seite, und du hast eben Kinder, die auch Lust haben, sich dahingehend zu entwickeln, dann ist es einfach, einfach cool, weil was gibt es denn Schöneres, also für mich zumindest, was gibt es Schöneres, wenn du, weißt du, man redet über so viel Blödsinn, ja, über so viel Quatsch, ja, was kann es denn geileres geben, als ein gemeinsames Ziel, und da sind wir beim letzten Punkt, ist, du brauchst gemeinsame Ziele. Wenn du keine gemeinsamen Ziele hast, dann wird es nie, niemals funktionieren, weder mit der, mit der Freundin, noch mit dem Freund, noch mit der Ehe, noch mit dem Business, noch mit sonst irgendwas. Hast du keine gemeinsamen Ziele, vergiss es, dann wird es aber mit nichts was im Leben, auch nicht mit einer Ehe. That's it. Da hängt dran, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Genau. Da haben wir das Thema auch mal besprochen, damit würde ich sagen, haben wir eine gute Podcast-Folge im Sack, und in diesem Sinne, wenn ihr jetzt als Immobilienmakler mit eurer Familie oder auch alleine spielt eigentlich gar keine Rolle, euer Business aufs nächste Level bringen wollt, dann tragt euch ein für ein Erstgespräch, findet ihr unten in der Infobox, ansonsten liken, kommentieren, nicht vergessen, wir freuen uns über jede Anregung, und in diesem Sinne hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.